Jaa, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Any Slash Part 27 Und in diesem Part soll ich wieder jemanden grüßen Und zwar einmal die X-Sowie-Y-Y-X-7-6 Cooler Name, muss man echt sagen an der Stelle Kannst du mein Meerschweinchen grüßen? Sie heißt Jodie Ähm, ich hab auch ein Meerschweinchen Meins heißt Adolf Ne, war ein Scherz, meins heißt Maxien Aber das ist voll fett Und ja, sie heißt Jodie, also hallo Jodie Quick, quick, quick Und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Kommentar Und zwar einmal hier, die Tanja H Jetzt find ich's Kommentar nicht Richtig geil grad Ach, hier ist sie ja, ne, das ist jemand anders Ähm, ah, hier genau Äh, grüß meine Katze, Lucky Hi Lucky, was geht ab? Und wenn man so überlegt Eigentlich bekommen die Katzen ihre Babys ja aus dem Popo Also es ist praktisch jede Katze in der Arschgeburt Was wollte ich nur mal hier so anmerken Aber okay Ich hab mir halt so ein paar Gedanken gemacht So, wie kann das eigentlich sein? Und dann bin ich halt da drauf gekommen Aber okay Ähm Das fängt ja wieder richtig geil an, ey Okay, ähm Ja genau, mein letzter Part hat ja ein Dislike bekommen Also, äh, das können wir ruhig regeln Also der, wo das Dislike gegeben hat Schreib einfach in die Kommentare Also schreib einfach irgendeinen Kommentar Dann schreib ich meine Adresse drum Und dann kannst du mal vorbeikommen Ach so, halt Stimmt ja, du kannst ja geil laufen Deine Beine bestehen ja aus purem Fett Ja, es tut mir echt leid Ist eigentlich echt schade Aber kann man ja nix machen Ja gut, okay Leute Dann fangen wir auch direkt an Handy weg Und hier bin ich wieder Wir waren gerade an der Stelle Als ihr die Nette Ich hab ihr noch gar keinen Namen gegeben Das ist Ihnen klar, oder? Ähm Ich nenn sie einfach Ich nenn sie einfach Call of Duty Okay, Call of Duty Alles gut Wow Das kommt mir alles ziemlich komisch vor, oder nicht? Dahinter ist der Alien, Hilfe! Okay, du bewegst dich diesmal Oder Moment mal Ich will noch mal was versuchen Einmal Wenn es letztes Mal so lustig war Ähm Ich schlag einfach noch mal auf die Bank Und dann warte ich, ob der Alien noch mal kommt Das ist Ihnen klar, oder? Weil ich glaub, das war letztes Mal voll der Zufall Machen wir es einfach mal Also Bitte seien Sie nicht traurig Aber Sie müssen jetzt leider Noch mal sterben Au Scheiße Ja, so war das eigentlich nicht geplant, meine Freunde Wieso hat er die jetzt totgeschlagen? Äh, ich mein Wieso hat die die jetzt totgeschlagen? Ich bin ja ne Frau Ich bin doch gar kein Mann Ähm, okay Wir regeln das jetzt nochmal, okay? Diesmal klappt es Also ganz ruhig Also irgendwas läuft hier gerade gewaltig schief Ich weiß nicht genau was Aber Ja, man sieht's ja Also Leute Wieso schlägt die nicht auf die Bank Die hat sich erst gerade hingesetzt Wieso setzen Sie sich erst hin Wenn ich reinkomme? Das kommt mir alles ziemlich komisch vor, oder nicht? Mir kommt gar nichts komisch vor Mir kommt nur komisch vor Dass ich dich die ganze tot schlage Nicht die Bank Moment mal Ach, achso Ich hab einen Revolver Ich vollidiot Wie, nehme ich den Schlagstock? Wir werden hier verrecken Das ist Ihnen klar, oder? Kann ich den Geil nehmen? Ich verstehe es nicht Und wisst ihr übrigens Wieso ich im letzten Part Niemand schocken konnte Mit dem Elektroschocker Das liegt daran Dass ich nicht nachgeladen habe Ich vollidiot Deswegen können wir die jetzt So eigentlich kurz schocken Ich fand's gerade zu geil Okay, jetzt gehen wir einfach mal weiter Bevor ich hier noch mehr Scheiße mache Es tut mir echt leid So, Leute Ja, setz dich erst mal hin Und dann reden wir weiter Also Wir müssen wahrscheinlich Was stellt sie den Zugang zum Vertrieb wieder her? Was ist, wenn ich keine Lust habe? Oh, Mann Hallo? Hä? Achso, jetzt ist die Türe Nein! Hä? Ah, okay Ja, jetzt habe ich die Türe zugemacht Sesam, öffne dich Hallo? Oh, oh Ist hier jemand? Hä? Hey, wechsel erst mal deine Waffe, Rüdiger Ich habe gerade irgendwie Schiss Ähm, ich sollte mal Ein Highpack leer herstellen Fällt mir gerade so auf Weil ich habe keine Heilung mehr Und ich will nicht sterbe Der war sehr gut, Daniel Ich will nicht sterbe Als ob ich in dem Part nicht sterbe Hallo? Ja, ich bin bewaffnet Jetzt werde ich hier nur vergast Oder was? Ja, apropos vergasen Ich nenne ja hier jeden Adolf Also ist ja kein Wunder Okay, schnell Ähm, Moment Ich will das Heilpäckle auch benutzen Jetzt habe ich eins gemacht Jetzt habe ich es gerade benutzt Die Vollidiot Oh Ohne Witz Die Nadel war so dick Wie mein Finger Hallo? Ist hier jemand? Oh, fuck Kann ich hier nirgends speichern? Oh, fuck Da ist so ein scheiß Simon, Alter Oh, oh Oh, oh Ah, 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 ah Fuck Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Ich bin am Marsch Ich bin am Marsch Ich bin am Marsch Ich bin am Marsch Scheiße, was ist hier gerade los? Ah Oh Ich bin am Marsch Mir hat jemand in die Kommentare geschrieben Dass das die schwierigste Mission sein soll Ah Da freue ich mich doch gleich drauf irgendwie Jetzt bin ich richtig motiviert Weil ich mir jetzt jedes Mal, wenn ich neu anfangen muss Neues Heilpäckle machen muss Ah, wisst ihr was Leckt mich einfach am Marsch Suchen Sie das Bedienterminal, das Sie für den synthetischen Wärter dargelassen haben Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen Und tun Sie es leise Wieso guckt die nach unten, wenn ich L1 drücke? Entschuldigung, doch, schade, ey Kann ich auch rechts rein? Die Türe ist zu Scheiße, ich habe irgendwie Angst, Leute Oh, halt, Karte Hallo Ist hier irgendwas? Wir haben versucht, seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Sebastopol zu verkaufen Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind Okay, genug Geräte jetzt nur jetzt Oh Mann, ich habe irgendwie Schiss, Leute Oh, dieser scheiße Missgeburten-Alien, ey Der soll sich doch einfach verpissen, ohne Witz Oh, scheiße Was ist hier eigentlich passiert? Was soll ich jetzt machen? Ich habe gar nicht zugehört Oh, ich bin doch recht dumm, ey Okay Oh, da ist die Kamera Ich muss diesmal voll Oh Ich muss diesmal voll aufpassen Ich kann mich hier verstecken Wann ist die Kamera weg? Jetzt Hehehehe Oh oh Leute Der Alien ist da Und das ist nicht gut Hey Simon Ich hoffe, der sieht mich nicht, Alter Wie soll ich da vorbeikommen? Das ist physikalisch unmöglich, meine Freunde Okay, Moment Ich warte kurz, bis die Kamera wieder hier drübe ist Wo ist die jetzt? Hä? Ist die Kamera aus? Ne, die ist an, oder? Scheiße Jetzt hätte ich vorbeikommen, aber jetzt bin ich Ah doch, ich schaffe es noch Okay Ja 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 Oh Ähm Ja, theoretisch Ne, der ist tot Alter, wie das aussieht, ey Ja, Rüdiger, hast du dich wieder selber erschossen? Ich habe gesagt, spiel nicht mit dem Blasma-Schneider Das kann Bösefolge hinter sich ziehen Ne, der Satz war, glaube ich, gerade falsch Okay Ja, mach mal einfach mal die Türe auf Oh Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho Hey Zwerge, hey Zwerge, go, go, go Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho Hey Zwerge, hey Zwerge, go, go, go Das blieb ja wie geschmiert Runter Oh, falsch Oh, fucking bullshit, alter Okay, Leute Ganz ruhig Jetzt habe ich so weit geschafft, jetzt will ich nicht versagen Ich will jetzt nicht versagen Beeil dich, geh an das scheiß Terminal Okay, irgend so ein schwuler Fehler Was für freigeben Ich glaube keinem langer, was es ist Hier ist ein Code 8897 Ich habe gerade irgendwie Angst, dass der Alien kommt, Leute Was ist das? Bitte wählen Sie einen Dienst Bereinigung von Gefahrengut Wartungscheckauftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt Wartungsaufgabe Willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation in einem Spind Da kommt der Simon Die Missgeburt Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei besorgen einem nicht gelegenen Syntet Ich verstehe kein Wort, was der sagt Aber ich glaube, der ist der feindlich, ne? Der hatte, glaube ich, normale Augen Die feindlichen haben rote Augen Aber ich bin mir gerade echt nicht sicher, Leute Scheiße, der Alien ist da draußen Leute, ich habe gerade voll Angst, was soll ich jetzt machen? Ne, mir reicht es, ich gehe jetzt raus Scheiße Hallo Oh, okay, kann ich hier speichern, bitte Wieso kann ich hier nicht speichern? Das ist doch so behindert Wie war der Code eigentlich? 8897, glaube ich Oder? Oh, okay Oh, okay Das fängt wieder richtig gut an Ich glaube, in dem Part rasch ich wieder aus, Leute So, lecken mich am Arsch Ich laufe jetzt einfach So, wissen Sie was? Ficken Sie sich doch in Ihr Scheißknie Sie reden nicht mit mir Und komischerweise überleben Sie Aber ich sterbe Ich muss die Scheiße machen Sie könnten mir helfen Aber Sie helfen nicht Deswegen lecken Sie mich doch am Arsch Hoffentlich sind Sie brutal gestorben Brutal Ja, guck, wie du da liegst Meine Fresse, ich bin gerade echt aggressiv Ich bin gerade wieder richtig aggressiv Ist mir egal Ich laufe jetzt durch Ich laufe jetzt durch Komm mir, was wolle Ja, setz dich hin Und halt dein Maul Achso, du kannst schon gar nicht reden Stimmt, habe ich vergessen Oh Okay So, Sesam öffne dich Halleluja So, jetzt muss ich die Scheiße wiederfinden Ach, wie lustig ist das eigentlich Ich kann schon gar nicht mehr reden Wenn die Scheiße mich hier so aufregt Ich kann echt nicht mehr reden Ich habe was im Hals Oh, Karte Oh, die brauche ich eh nie Scheiß Karte, ey Hallo Oh, Alien, bist gar nicht da Oh, hier ist ja gar nichts Stimmt ja Okay Genug Gerede jetzt mal jetzt Okay Los Beeil dich Die Kamera ist so lahm So eine Scheiße Wieso ist hier überhaupt eine Kamera Dieser schwule Simon, Alter Der hat mich bestimmt Vorher verratet so Hey, Alien Hey Hey, Alien Der Daniel Der hackt da gerade was am Computer Bitte spiege sie mal von hinten auf So wie du das schon 30 Mal gemacht hast Hehehe Ich bin gerade echt Mit mir ist gerade nicht mehr zu spaß Ohne Witz Ich bin gerade aggressiv Okay, schnell Jetzt oder nie Theoretisch könnte ich auch direkt die Türe aufmachen Das war eigentlich voll unnötig Aber ich glaube ich muss den Simon ablenken Weil der ist böse Das ist doch eine ganz böse Missgeburt Oh, schweißen Yeah, komm schon Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, hau Hey Zwerge, hey Zwerge, go, go, go Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, hau Hey Zwerge, hey Zwerge, go, go, go Okay, lief doch echt gut Die Amanda ist so dumm, die muss das alles Schritt für Schritt machen Weil sie ein Dachschade hat Terminal Oh, jetzt wird es wieder ganz spannend 8, 8, 9, 7 Schnell Jetzt kommt nämlich der Simon Geht an den Computer Dann macht er irgendeine Scheiße Ich habe keinen Plan was Und dann muss ich zurück Und muss an seinen Computer Und ja So weit waren wir ja noch nicht Weil ich ja von hinten aufgespießt wurde Von dem lieben Alien So, ich glaube das reicht schon Wo ist der Alien? Okay, also da steht der Simon Ich glaube ich kann raus Oder? Hallo? Okay, scheiß drauf Okay, schnell 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 Okay, kann ich mich irgendwo verstecken hier? Alter, kann ich mich hier nicht mal verstecken? Willst du mich gerade verarschen? Oh, hier geht eine Leiter hoch Alter, schnell Wie geil ist das eigentlich? Tür verschlossen Ich muss erst die scheiß Türe aufmachen Oh fuck, wenn der Alien da jetzt hochkommt, Alter Das war schon irgendwie lustig Okay, ich glaube ich kann runter, Leute Schnell Wieso habe ich eigentlich so Angst vor diesem Scheiß? Steht da der Simon? Alter, hinten ist doch der Simon Oder guckt euch das mal an Das sind doch seine Augen, oder? Also da links, hinten so Sieht man doch diesen Spalt Ne, das ist nicht Nein, jetzt kommt der wieder! Scheiße! Scheiße! Scheiße, Leute! Das lief jetzt gerade gar nicht gut Jetzt stecke ich hier im Schacht mit dem Simon und mit dem Alien Äh, im Spind meine ich Jetzt guckt der da was? Guckt der Spaß jetzt so Äh Ich will doch noch irgendwas machen Ich glaube, ich muss noch Pipi machen Oh, jetzt gucken wir erst mal, ob jemand ist Scheiße! So ein Spaggo Was macht der da? Jetzt spielt er Gameboy Oh, das ist mein Pokémon! Ist der böse? Ich weiß nicht, ob der böse ist Jetzt gucken wir einfach mal, ob der böse ist Oder? Ich glaube, der ist böse Alle Simon sind böse Das ist schon einfach so Komm Bitte, bei uns kein Scheiß, Simon Ich bitte dich Sonsch 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 Ja Ah, ah, ah Wo finde ich die Leistungsschalterweights? Da ist einer in den Analyser-Abbruch Der andere ist im Dekontaminierungsraum Und identifizierte Spezies Ja, wie geht es? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Teletubbies Tapser Adolf Günther Und identifizierte Spezies Scheiße Jetzt könnte ich theoretisch zurückrennen Und dann speichern Alter, wie lange geht der Part eigentlich schon? Leute, was ist da passiert? Ich habe gerade irgendwie Angst Alter, was macht der da? Ja, verpiss dich Ohne Witz Der rückt ja auf, der Spast Meine Batterie ist leer Meine Batterie ist leer Okay 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 Hilfe Von Anfang bis Ende Fuck Ah Ach, die Türe ist ja zu Oh Kommt der Alien da geil rein? Oh Jetzt sind wir aber alle ganz traurig Oder? Ha? Ja, hau doch einfach ab Simon Ohne Witz so Ich bin behindert Und ich laufe rum Und ich nerv Amanda Das ist mein Beruf Ich bin ein unnötiges Scheißobjekt Das man eigentlich terminieren sollte Aber nein Jetzt kommt der wieder Alter, was macht der? Ey, verpiss dich Ha Was war das für eine Musik? Die Musik regt mich gerade auf What the fuck? Du Assisch-Schwein, Alter Verpiss dich Ich sage ich nicht nötig Folgen Sie mir bitte Ah Alter, du Du Schweckkupfe Ich glaube, der hat gehört, was ich zu ihm gesagt habe Dieses Dieses dicke Kind Dieses dicke Kind Sag mal Bist du eigentlich blind? Okay, ich höre auf Wie mich sowas ankotzt Jetzt muss ich die Scheiße nochmal machen Das ist im Lagerraum direkt vor Ihnen Anlagenverbindung aktiviert Strom zu lokalen Leitungsschaltern wiederhergestellt Wo finde ich die Leistungsschalter, Waits? Da ist eine Echenanalyse da drin Der andere ist im Dekontaminierungsraum Das ist psicologisch Ich höre auf Aleter Schwede Spươcchern SpCrowd Speichern! Speichern! Ja! Ich... bin dein Vater. Und jetzt werden wir... Hey du Spast, ich bin hier! Oh... Ist doch traurig... Hey du Spast, ich bin hier! Hallo! Hallo! Hey du Spast! What the fuck?! Alter! Hilfe! Ah! Oh okay, ich bin zum Arsch! Hallo? Wo ist der? Wo ist der? Ich höre den Alien, aber der ist irgendwie grad... Oh oh! Hey ich bin hier! Hey! Hey Alien! Hallo! 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 Hahaha! Hahaha! So ein Loser! Jetzt hat er echt gedacht, er kann mich umbringen! Wie dumm kann man nicht sein! Das schafft niemand! Stimmt's, Simon? Oh oh! Oh oh! Ah! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Ähm... Aktivieren sie die... Leistungsschalter... Okay, dahint ist der Alien! Und... Leute, ich beende den Part hier! Und ähm... Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part! Sorry, falls der Part vielleicht ein bisschen langweilig für euch war! Ähm... Es kommt halt immer drauf an, auf die Mission, die grad irgendwie... Die grad... Vonstatten geht! Ja genau! Und... Ähm... Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen! Und... Ja klar, war der Part mit dem Nasenbluten richtig geil! Das war halt so... Das war halt... Wisst ihr... Sowas passiert nicht alle Tage! Und... Deswegen... Ich kann mich nicht jeden Tag auf Nase schlagen! Ja, ich mein... Irgendwann hab ich keine Nase mehr! Das wär richtig schlimm! Ja okay, ich könnte mir theoretisch im nächsten Part ein Auge rausreißen! Das war ne Überlegung wert! Also bis dann! Ciao!